Das Sprinklersystem von Gardena ist die intelligente Lösung zur automatischen Bebesserung deines Rasens. Das unterirdische System ist zuverlässig und eignet sich perfekt für jeden Garten. In dieser Videoreihe zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du das Gardena Sprinklersystem planst und installierst. Viel Spaß dabei! Das Gardena Sprinklersystem sorgt für eine effiziente Rasenbewässerung und hält Rasen jeder Größe üppig und grün. In unserer ersten Episode erhältst du einen Überblick über die wichtigsten Bestandteile des Sprinklersystems. Dazu gehören Versenkregner, Rohre, Verbinder und die Bewässerungssteuerung samt Ventilen. Lehn dich zurück und genieße deinen Garten. Die Arbeit, die übernimmt dein Sprinklersystem. Startpunkt der Bewässerung ist dabei immer die verbaute Anschlussdose in der Nähe deiner Wasserquelle. Die daran angeschlossenen Sprinkler garantieren dir eine zuverlässige und gleichmäßige Bewässerung deines Rasens. SD-Versenkregner sind für kleine und schmale Rasenflächen geeignet. Besonders gut für Eckbereiche. Die MD-Regner sind für etwas größere Flächen konzipiert. Praktisch, der MD40-300 sprüht selbst über höhere Pflanzen hinweg. Für die Bewässerung von großen Flächen nutzt du die Modelle der T-Regner. Der Viereckregner OS 140 eignet sich ideal zur Bewässerung von quadratischen und rechteckigen Bereichen. So viel vorweg, später dann mehr dazu. Das unterirdisch verbaute Bewässerungssystem ist direkt unter der Grasnarbe installiert und somit nahezu unsichtbar. Es taucht nur dann auf, wenn es gebraucht wird. Das Sprinklersystem ist mit der Smart Irrigation Control über ein Gateway mit deinem Router verbunden. Einstellungen zu deiner Bewässerung nimmst du bequem über die Gardena Smart App vor. Du kannst dein Sprinklersystem mit dem Handy steuern und Zeitpunkt und Dauer der Beregnung individuell bestimmen, auch von unterwegs. Praktisch, der Smart Sensor misst die Bodenfeuchte und ist Teil des Gardena Smart Systems. Für eine optimale Bewässerung liefert er dir die wichtigsten Informationen direkt in die App. Wenn du mehrere Bereiche unabhängig voneinander bewässern möchtest oder deine Wasserdurchflussmenge nicht ausreicht, benötigst du eine Mehrkanalsteuerung mit Bewässerungsventilen. Solltest du in deinem Garten keinen Stromanschluss haben, kannst du das Sprinklersystem auch mit 9-Volt-Bluetooth-Ventilen nutzen. Das Gardena Sprinklersystem – die intelligente Bewässerung, die dein Rasen versteht. Realize your gardening dreams. Gardena.